Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Lucky Race. Vielen Dank Leute, dass ihr die letzte Lucky Block Folge mit einem Daumen nach oben bewertet habt. Das würde ich mich hier auch drüber freuen. Heute ist mein Gegner der Max. Hallo. Hey. Und jo, es hat der Florian Dahut. Der hat sich gewünscht, mach mal bitte Fantasia vs. Invisible Lucky Blocks. Das haben wir hier. Invisible und Fantasia Lucky Blocks. Und jo, wenn ihr wollt, dass von euch vielleicht ein Wunsch drankommt, einfach in die Kommentare schreiben und um nichts mehr zu verpassen, die Glocke aktivieren, ne? Das muss man ja jetzt heutzutage einfach noch dazu sagen. So, Max, du darfst drücken, du bist der Gast. Leg los. So, du bist Invisible, dann bin ich natürlich die Fantasia. Das heißt, du nimmst dir jetzt zwei Stacks von den grünen Blöcken, damit du Baublöcke hast, falls das ganze Zeug schief geht. Du setzt dir hier drin dann den Spawn Point. Also, ich nehme die roten Blöcke. Ja, genau, meine ich. Dann hast du Baublöcke, einfach zwei Stacks. Und, ähm, dann setzt du deinen Spawn Point und dann geht's schon los. Ne, kennst du ja eigentlich gut, oder? Jo, eigentlich schon. Jo, das ist gut. Würde ich dir sagen. Deine Blöcke kommt natürlich weg. Genau. Okay, Max, dann legen wir los. Also, ne, mach mal deinen Spawn Point noch. Oh, ja. Slash Spawn Point einfach. Der Max ist das erste Mal dabei. Der hat das Recht, nämlich dabei zu sein, weil er Kanalmitglied ist, ne? Und, ähm, ja, und schon einfach sehr lange dabei ist. Treue Kanalmitglieder, die haben, denen habe ich gesagt, jo, ihr könnt das Modpack haben, ne? So, drei, zwei, eins, go! Und jetzt bin ich mal gespannt. Phantasy habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Ich krieg nicht so viel Schaden. Geil, ich bin einfach durch. Ja, ich bin in der Spielkriege, ich kann keine Blöcke abbauen. Ich kann keine, Mann, ich kann mich Leck 1 machen oder so, ich kann mich nicht abbauen. Du darfst von mir aus Leck 2 machen. Leck 2, okay. Wow, oh, rechtzeitig rausgekommen, Alter, war das grad geil. Die Spinn verschwindet nicht. Okay, warte, dann mach von mir aus jetzt Leck 1. Ich habe auch hier so ein Riesenteil stehen, aber ich wäre vorbeigekommen. Wow, jetzt kann ich mal abbauen. Wow, das habe ich nicht gefunden. Lol, okay, es ist was explodiert. Was? Mein Spawnpunkt ist am Arsch, was hast du gemacht? Ja, Mann, diese Spine, die hat alles zerstört. Game Mode 1, wie, die hat alles zerstört? Ja, na, Mann. Und ich habe drei Millionen Wochen keine Blöcke abbauen können. Slash Spawnpoint, ja, aber warum hat die meinen Spawnpunkt kaputt gemacht? Ich darf Slash Kill machen, ja. Slash Kill darfst du machen, ja. Aber eigentlich, also Leck 1 nicht, außer es ist halt so eine richtig krasse Behinderung. Weil du bist ja nicht vorwärts und rückwärts gekommen. Ja, bin ich echt nicht. Weil man kommt ja nur vorwärts, wenn man Blöcke abbaut, weil man darf nur Blöcke abbauen, ne. Also du darfst an keinen Blöcken vorbeigehen. Boah, wie weit du vorne bist wegen dieser Drecksspinne. Ja gut, das ist halt Glück. Ich hätte gern Phantasia Champs. Hä? Was ist los? Hätte ich nicht so gerne, dass du die hast. Ja, aber ich, ich will Phantasia Champs. Dann kannst du ja viel, das finde ich irgendwie cool. Habt ihr zehn Killerhasen, egal. Huch, äh, okay. Ist das einfach ein Zombie? Nein! Auf einem Pferd? Lol. Ich fall einfach ins Nichts, danke für Nichts. Ja, Max. Oh, aua! Okay, Max, jetzt hab ich mich selbst gehört. Mach mal deine Kopfhörer leiser oder so. Oh, jo. Und ich hab grad mega das Echo. Es tut mir leid, ich hab dich ganz leise gestellt. Okay, das ist gut. Ach, hätten wir uns nicht einen Rucksack geben dürfen? Ja, doch. Ja, gut, hab ich mir nicht gegeben. Kannst du dir ja noch geben, wenn du willst. Ich werde dir nicht so viel Zeug bekommen, weil... ...blegt und... So, oha! Ich hab gerade ziemlich einen Kack bekommen. Nein, hast du nicht, aber ich sag's dir nicht. Ja, Mann, ich hab keine Spitzhacke. Also, ja, du hast theoretisch was Gutes. Das ist ja gerade, ne? Das ist was sehr Gutes. Oh, nee, oh, nee! Komm, ich brauche unbedingt eine Eisenhacke. Dann baue ich mir Illuminati-Stuff, das kannst du mal wissen. Oh, nee! Ja, gut, du brauchst eh ne... Du brauchst eh ne Workbench. Ach ja, okay, also, ich bin noch ganz weit davon entfernt. Jawoll. Geil! Kannst du vielleicht mal sterben, bitte? Hä, ich bin gestorben. Oh, bitte nochmal. Oh, Leute. Stirb nochmal. Nein, nein, ich sterb nicht noch, wahl, ich hab richtig... Ach, kann ich zu dir rüber, bitte, und mir das Zeug gönnen? Nö. Äh, will ich jetzt nicht so toll. Nö. Dann muss ich jetzt mal ganz eilig vorwärts. Das ist hier, wir sind Hopper. Ja. Wo muss ich da... Wo muss ich da... Oh, ich muss da... Nein, ach, es leckt so, ich bin den Tod gesprungen. Wie, es leckt so? Ja, bei mir. Obwohl, ich hab 170 FPS. Ja, eben, warum leckt's dann? Oh Gott, ne Animal Farm. Help. Okay, ähm, das brauchen wir dann. Ich mach mal kurz ein paar Sachen in den Rucksack, Leute. Wahrscheinlich liegt es an dir. Wenn ich dich sehe, dann muss ich einfach lecken. Alter. Ja, dann bleibt die Zeit stehen, ne? Ja, ich hab... Das war auch... Also, diese Doppeldeutigkeit war auch schön, mal wieder. Huch. Oh, oh. Ah, gut. Also, Max, ich will ja jetzt nix sagen, aber ich hab richtig Klasse. Und jetzt hab ich sieben FPS. Digga, was ist hier los? Oh, sch**te. Ich muss hier unbedingt weg. Oh. Oh, oh. Oh Gott. So. Uh, uh, okay. Brauchen wir nicht? Nein! Mies! Oh Gott. Ich hab den absolut nie. Nein! Oh, was ist das? Das ist ja illuminativisch. Irgendwie... Nein, das war... Hast du? Du hast ein Illuminati-Zeichen gekriegt, richtig? Kann sein. Nein! Ich bin... Ich bin gefallen. Wegen den Gas? Aber ich kann gleich mal ein paar Sachen wegschmeißen. Ach, Mann! Ich will mir die Sachen gar nicht geben. Ich will die wegschmeißen. Oh, ich hasse. Ich hasse es. Ja, Leute. Ich bin Anfänger. Ich werde sie heute verlieren. Ja, ich muss erst mal gegen... Ich würde sie einfach gerne wegschmeißen gerade. Danke. Es ging die Gas bestehen gerade. Öh. Boah. Jetzt habe ich hier so ein super episch aussehendes Schwert. Schaden macht 8. Geil. Bitte. Oh, nö. Warte mal, hab ich eine Spitzsage oder sowas? Oh, ich habe eine Möglichkeit, mich zu befreien. Ja, aber ich habe ein paar gute Schwerter. Mit dem kann ich nicht mehr spucken. Ja. Bin frei. Kennst du dich doch richtig gut mit den Items aus? Ja. Hallo, wie lange spiele ich das? Mit welchem Schwert kannst du nicht springen? Was? Mit welchem Schwert kannst du in der Hand nicht springen? Keine Ahnung. Ja, 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 da kennt er sich aus. Ja, ich weiß nicht, was du... Gibt es einige? Ich weiß hier. Alter. Okay. Oh, Mann, ein Crystal Pop und von hinten noch Gas. Ja, jetzt ist meine Chance, Basti, du wirst verlieren. Hä, ich bin die ganze Zeit schon am Sterben und überhol dich jedes Mal. Ja, Mann, äh, äh. Das ist keine Chance. Ich habe zwei Neverstars und jetzt brauche ich mir noch eine Workbench. Tja. Ja, und ich sehe nichts, Slash Kill. Ja, das Ding ist einfach, ich habe jetzt auch keinen krassen Staff, weil ich mir nichts craften kann. Ja, okay, ja, stimmt. Darfst du in der Deathmatch Arena? Ja, aber erst, wenn die Runde läuft. Das könnte mich theoretisch verschanzen. Vorher nicht. Okay, das ist natürlich eine faire Sache. Ich muss mir irgendwie meine Treppe nehmen. Aber halt, ich kann während dem Craften, ja, oh, scheiße. Ich kann während dem Craften angegriffen werden. Das ist halt ein Nachteil. Ja, dann werde ich die Welt rumbringen, ganz schnell. Ja, stell dir du das nicht so einfach vor, mein Freund. Stell dir das nicht so einfach vor. Okay, wenn wir das Zeug hier, das ist in Ordnung. Oh, da ist ein Trap. Immer wenn ich zu den Spinnnetzen komme, habe ich, habe ich, habe immer noch sieben Epis. Warum fliegst du da, oder? Nee, ich fliege da nicht. Oh, ich habe ganz viele Never Stars. Oh, lol. Ich habe einen coolen Schwer. Warum? Oh, ich habe hier Never Stars ein Angebot. Ich habe den Spectrum Slasher. Ich habe eine Million Never Stars, what the fuck. Irgendwas? Nein, nichts passiert. Jetzt brauche ich halt nur noch. Ach, Bob, Bob, dich brauche ich nicht. Kannst du bitte gehen? Danke, ciao. Oh man, ich will mich nicht als Highschool-Girl verkleiden, aber ich muss, weil ich sonst keine Rüstung habe. Alter, lass dir hier. Ja, aha. Ja, aber warum kam jetzt nochmal der Blitz? Nein, ich fall einfach runter. Bin einfach rum. Ja, glaube ich auch. Ich sehe alles als Chance hier. Super, ich habe einen Bogen mit Stärke 2. Ja, geil. Ich habe einen Bogen mit Stärke 2. Ich habe halt kein Holz. Hätte ich Holz, hättest du sowas von verloren. Vielleicht bekommst du ja noch welches. Ja, das hoffe ich und werde ich das auch. Kannst du vielleicht warten, bevor du ins Ziel gehst? Nee. Boah. Ey, hier ist es echt gefährlich für mich, weil die FPS droppen so. Ich fall einfach normal runter und ich sehe nicht mal, wieso. Hä? Ja, an dieser einen Stelle, ne, jetzt habe ich schon wieder 170 FPS. An der einen Stelle habe ich einfach 7. Und dann habe ich einen kurzen Standbild. Ach, das ist das extra Item, was ich programmiert habe, um dich zum Lacken zu bringen. Och, das hast du vorhin schon angesprochen, ne? Und dann bekomme ich es jetzt ausgerechnet. Na toll. Danke für nichts. Aber ich bin jetzt gleich. We'll see you. Ach, na und ich fall noch mal runter. Ja, was ist das hier alles? Oh, nice. Cooles Material. Ich will jetzt nicht mehr sterben zum Schluss. Ich habe gerade Glück. Ich kann mir nicht mal gescheite Rüstung machen, Mist. Ist das Unbreakable? Nein, ich habe überhaupt keine Rüstung wie Unbreakable. Das wird so berichten. Oh ne, dann habe ich hier eine Kack-Potion, ne? Ja. Ja, zum Craften habe ich auch Sachen. Ja, zum Craften habe ich auch Sachen. Wollen wir, was war das da? Was hast du denn für Rüstung? Kann ich das essen? Ähm. Hä? So, also du darfst jetzt dann, ähm, Slash DM machen, ne? Oh. Hä? Hä? Ich habe durch einen Bug gerade meine... Hä? Was hast du denn gemacht? Ich... Ich... Ich habe durch einen Bug meine ganze Rüstung verloren. Was hast du getan? Ich habe... Auf... Äh! Los geht's! Hast du Spawnpoint gesetzt? Nein. Mach ich. Spawnpoint, zack. Okay, dann 3, 2, 1, go. Jeder hat drei Leben, ne? Jo. Ich will das... Ich will das irgendwie cool machen, die Kills. Okay, mach das. Deswegen will ich erst mal die Lage checken hier. Du bist unsichtbar, richtig? Nö. Wo bist du? Tja. Das wirst du nie abhauen. Lol, nein, der baut sich was ab. Scheiße. Oh, Mann. Ja, kampflos ergeb' ich mich nicht hier. Er craftet sich Zeug. Nur wo? Ah, ja, tschau. Ist das dein Ernst? Ja. Lol! Was war das denn? Bist du weg? Bist du weg? Ich hab... Ich hab... Nein! Ich flieg völlig losgelöst von der Erde. Ja... Und jetzt flieg ich halt mit Slowfall zurück. Ey. So, getting wood. Nee! Geh! Nein! Alter! Kann ich jetzt bitte... Craften? Alter! Ja, was? So nicht? Geh beiseite! Bist du weg? Ne! Ich will dich nicht! Bist du... Bist du... Bist du gasket auf? Bist du so nicht! Geh! Geh wieder! Alter, er hat mich gekillt. Jetzt musst du aber auch Slashkill machen. Ja von mir aus, ich hab eh keine Effekte. Oh man, ey. Ich mach dich fertig. Okay, dann würde ich einfach mal sagen. Okay, hab ich wohl gute Bomben bekommen. Drei. Zwei. Na was, komm. Hey, spreng dich. Ich bin richtig dumm, weißt du. Ich hab auch keine App entwickelt, der ist nicht. Nee, das ist halt schon wirklich dumm, ne. Oh. Ja. Na gut, du warst unsichtbar, ja. Ja. Slashkill. Ich hab so'n komisches Material gehabt, wenn ihr mit mir Rüstung machen könnt, aber... Es war eh kein gutes. Egal, egal, egal. Okay. Drei. Zwei. Eins. Go. Richtig, Basti. Warum? Ich hab das einfach klug gemacht. Jaja, du bist doch schon wieder unsichtbar. Ich will dich aber wegbomben. Scheiße. Wo bist du, hä? Ja, guck mal, wenn du unsichtbar machst, hier. Darf ich eigentlich die Blöckenweite benutzen, diese, ähm, die roten, die dich mit immer? Jaja. Ah, ich hab dich grad gesehen aus dem Augenwinkel. Ich hab so'n Ball... Wo bist du? Jetzt seh ich dich nicht mehr. Alter! Habe ich dich getroffen, oder was? Nein, natürlich nicht. Basti, sag mir was. Ich muss, ich muss doch wissen, wo du bist. Du? Nö. Dann machen wir's jetzt mal. Oh, wie denn kommst du jetzt grad hier angeflogen? Da hab ich ja wenig Bock drauf. Wie, du hast keinen Bock drauf, dass ich angeflogen komm? Ich hab da schon wieder was gesehen, glaub ich. Du hast was gesehen? Echt? Ja, Basti, fack mich doch nicht ab. Fuck, Mann. Wo ist denn mein Rucksack? Mein Rucksack ist weggeklitscht. Egal, machen wir's so. Da, hier. Rote Blöcke. Da ist doch irgendeinen miesen Plan. Weißt du, irgendwann kommst du jetzt hier unsichtbar hergeflogen. Hab ich ja überhaupt keine Chance. Ne, du hast auch jetzt keine Chance. Weil du dich verschanzt hast. Bei wenigstens hab ich einen Kill geholt. Ich hab mir ne neue Rüstung gecrafted. Nö. Ja komm, werf mich ab. Ja, Mann. Ja, Mann. Wenn du keine Kayser Rüstung hättest. Nein! Alter, ich komm halt. Weißt du, wie lange das dauert bis... Du sollst dir mal ganz schnell Slash Kill eingeben, würd ich sagen. Hä, nein, warum? Ja, du fliegst bis in Zenith. Ja, aber ich hab Slowfall und komm dann runter. Och, nein. Das war doch ewig. Ja, da bist du selbst schuld. Oh, nee. Da bist du wirklich selbst schuld. Ey, streck das Video hoch. Ja, mein Gott. Selber schuld. Weil ich jetzt doch nicht einmal ne Nahkammer benutzt. Wo ist er? Wo ist er? Und der ganze Baum fackelt ab. Und dann mach er Slash Game Rule Do Fire Take Off False. So. Ich komm runter. Ja, naja, okay. Ich schick dich einfach nochmal dahin, wo du herkommst. Kann ich das eigentlich so machen, indem ich sie direkt auf dich werfe? Lol. Ja! Alter! Ohne Witz. Nee. Weißt du, wenn du nicht Slash Kill eingibst, dann mach ich das jetzt jedes Mal. Ja, mach ich Slash Kill, aber es steht trotzdem unentschieden. Warum unentschieden? Ja, weil wir so nicht weiterspielen können, wenn du so assi spielst. Ja, okay, okay. Weil es halt ins Unendliche geht. Warte, ich komm nach unten, aber dann geh nochmal zurück auf deine, äh... Auf deine Plattform. Ich sehe einen. Es ist jetzt nicht ganz fair, so zu spielen, ja. Ich hänge in einem Ghost Block fest. No. Ich mach auch Slash Kill. Ja. Aber immerhin habe ich eine Strategie verfolgt, ja. Mit der habe ich gekämpft. Ja, hast du gut gemacht. Drei, zwei, eins, go. Und ich werde die Bombe einfach wieder einsetzen. Nein. Aber das war unter dem Baum. Das kürzt nicht so sehr. Und dann... Setz dich nicht ein, Mann. Ja, Mann. Es zieht halt extrem in die Länge. Ich hab 15 Attack Damage. Von wegen, du hast keine Chance. Ja, hättest du mal gekämpft. Slash Kill. Okay, 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 warte. Dann... Okay. Drei, zwei, eins, go. Eins, go. Ach, fuck, nein. Ich darf ihn nicht trinken. Wow. Lol. Ich seh dich nicht, es leckt. Hä? Du bewegst dich... Also, okay. Mist! Ich merke, ich seh nicht mal was. Nee, du warst zu schnell unterwegs. Egal. Also, ich hätte gesagt jetzt, dass es ein Unentschieden ist wegen den Bomben. Also, gut. Es hätt... Es hätt... Wie viele hast du gehabt? Ich hab immer noch 40. Ja, guck. Also, Leute. Es hätt's halt einfach ins Unendliche gezogen. Deswegen ist der Grund, warum ich gesagt hab, nee, lass mal bleiben. Ähm, letztendlich hätte ich ja dann dasselbe Ergebnis rausgeholt. Nur nach Stunden. Wahrscheinlich. Egal. Lasst ein Like da, wenn's euch gefallen hat. Aktiviert die Glocke und schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Bis dann. Und tschüss. Ciao. Bis dann auf. J Chiores! Ücio! Bis zum nächsten Mal.